Laurenz ist ein junger Zahnmedizin-Student. Er ist ein sympathischer, netter Kerl mit, ich würde sagen, noch nicht viel Lebenserfahrung, der einfach immer das gemacht hat, was von ihm erwartet wird. Und das wird ihm jetzt im Laufe der Zeit bewusst. Alle waren begeistert von unserer neuen Praxis. Ja, nur schade, dass es unser Herr Sohn nicht für nötig gehalten hat, mal hier aufzutauchen. Immerhin sollte mal seine Praxis werden. Zumindest war das der Plan, bevor er in die Bonbon-Branche eingestiegen ist. Ja, Laurenz. Durch seine Freundin Leonie merkt er, dass er das eigentlich gar nicht so spannend findet, diese ganze Zahnmedizin-Geschichte. Und dann macht er hier diesen Laden mit dir auf und bekommt ein Gefühl dafür, wie so das Unternehmerische und das macht ihm dann Spaß. Bonbons lassen sich leicht verschicken und gut verpacken, das ist eine gute Idee. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Und je mehr Vertriebswege, desto größer ist der Umsatz. Ja, würde natürlich eine Weile dauern, bis du das Geschäft angeschoben hast. Ja, das ist mir schon klar. Aber bis dahin habe ich ja noch den Job bei weeliefern.de. Hast du es eigentlich bereut, dass du den Job bei deinen Eltern nicht angenommen hast? Ich meine, du hättest ihn ja besser bezahlt bekommen. Ja, aber meine Freiheit lasse ich mir nicht abkaufen. Erst macht er den Laden auf mit Leonie und dann verlässt sie ihn, geht mit einem anderen nach Spanien. Das will er eine ganze Weile nicht wahrhaben. Und redet sich ein, dass sie wiederkommt und hält den Laden hier am Laufen. Immer in der Hoffnung, sie taucht doch wieder auf. Und dann kommt irgendwann die Gewissheit, dass sie eben nicht zurückkommt. Und das ist für ihn erstmal ein Schlag, weil Leonie ist so die große Liebe, die erste große Liebe. Ich finde, dass Laurens sehr echt ist, sehr ehrlich ist und nicht, also man braucht eben keine Angst haben, dass er hinter dem Rücken irgendwas Blödes erzählt oder was macht, sondern der ist, der sagt, was er denkt, der meint das so und da ist nichts Falsches. Und das finde ich, finde ich sehr schön. Weißt du, ich glaube, deine Eltern sind im Grunde nur voller Sorge um dich. Vielleicht solltest du versuchen, nicht im Streit mit ihnen zu sein. Hat mein Vater dich bestochen, damit du mich jetzt weichknetest? Würde zu ihm passen. Nein.